Petra ist 36 Jahre alt und interessiert sich sehr für Politik. Sie möchte sich in der Politik in ihrem Landkreis engagieren. Dank Frau Dr. Helga Lukaschatt werden seit dem letzten Jahr Sitzungen in der Volkshochschule Zelle veranstaltet. Sie sollen Frauen helfen und ermutigen, sich in der Kommunalpolitik unter den Männern zu behaupten. Denn bis jetzt sind 90 Prozent der Politiker Männer. Im Landkreis Zelle gibt es fast 600 kommunalpolitisch Tätige. Davon sind 137 Frauen. Im Schnitt liegt der Frauenanteil in den Parteien im Landkreis bei 23 Prozent. Petra hat das Ziel, ihre eigene Meinung zu vertreten und bei der Kommunalwahl 2011 anzutreten, erreicht.